Welcome to Cronys YouTube Channel, leave your like! Ansonsten gerne den Code Crony benutzen, dann kriege ich ein bisschen was dafür, das würde mich natürlich supporten, das wäre cool. Wir haben hier 700$, ich glaube 19$ sind noch übrig geblieben vom letzten. Wir werden auf jeden Fall wieder ein Minimum 3 Videos draus machen können, müssen, können, müssen, wie auch immer. Dann würde ich auch sagen, machen wir direkt was auf. Ah, da riecht es ja eine 200$ Kiste, ne? Boah, so wie die 500$ Kiste, wisst ihr noch? Boah, das war lecker. Wer es noch nicht gesehen hat, 500$ Kisten Video angucken, auf jeden Fall empfohlen. War eine geile Truppe dabei, war ein geiler Pull dabei. Alles mit dabei, was man eigentlich so braucht. Und ja, jetzt haben wir hier ungefähr 200$. Was sollen wir hier mal durchnehmen? Ich würde ultra gerne mal wieder einfach eine Case durchnehmen. Die Dream Case. Würde ich auch sagen, dass wir die 10 mal aufmachen. Wir haben nämlich die Form, und zwar Dick Profit. Oh Gott, da muss ich mal ein bisschen näher ranzoomen. Ach man, nicht die Sia Later, ey. Absolut kritisch. 24$, nur 6$ rausgezogen. Den Sound, ja. Der Sound hat sich... Ey. Welsinn Rebels hat auch absolut Spaß. Dann haben wir sie zweimal aufgemacht, und zweimal fett Minus gemacht. Das darf nicht so weitergehen. Wir müssen hier einfach hart dranbleiben, und es geht so weiter. Die Neo Neue wäre halt auch nice gewesen. Dreimal aufgemacht und heftiges Minus. Komme, bitte. Bitte Knife. Bitte Knife oder irgendwas. Ah, die Asimov, bitte guter Zustand. 32$ ist ein bisschen Profit, aber trotzdem nicht gut. Fünfte Öffnung. Geht auf. Oh Gott, das ist halt... Das ist halt... Oh Gott, ganz kritisch. Oh, 35$ Factory New. Lecker, hab nix gesagt. Zweimal Profit Besets. Dreimal Minus. Oh, AK Bloodsport. Kann auch gut sein. 47$. Lecker. Jetzt geht doch der Hase langer mehr in die richtige Richtung. Jetzt geht der Hase doch wirklich langer mehr in die richtige Richtung. Oh, Bloodsport. Ratsum wieder geil. 63$ Factory New. Heilige Scheiße. Die Kiste ist es. Wir haben bei 700 irgendwas angefangen. Bei 500 müssen wir aufhören. Oh nein, 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 nein. Ist egal, wir wollen uns nicht beschweren. Wir sind auf jeden Fall im Plus. Safe sind wir im Plus. Safe sind wir im Plus. Garantiert. Adimov auch lecker. Lecker, lecker, lecker. Super lecker. Gut, jetzt müssen wir gucken. Ich muss hier noch... 50... Ne, 20$ abziehen. Wir sind bei 250. 20$ müssen wir abziehen, weil ich hier unten noch so Spiele drin hatte. Oh, das sind ja sogar mehr. Kann ich das irgendwie hier weg machen? Ich habe hier mal durch diese Gold Coins, die man hier oben hat. Da hätte ich auch mal ein komplettes Video zu machen, wenn ich wirklich viele habe. So komische Games geöffnet. Die sind natürlich keine 40$ wert, ne? Das würde auf Steam wahrscheinlich 10er kosten oder so. Werden die da jetzt so voll mit reingezählt? Wir müssen zum Upgrader gehen und gucken. Wir müssen hier einfach mal schauen. Kann man die hier zusammenpacken? Nee, man kann die hier nicht zusammenpacken. Man könnte die verkaufen und den Balancer zufügen. Okay, dann rechnen wir halt kurz im Kopf aus. Wir haben hier 60, 110, 160, 195, 230. Fangen wir einfach mal mit dem 2. 250, 260, 270, 280. 280. Was haben wir hier? 280. Okay, das kommt sogar hin. Sehr cool. Den wurden die Games, die gar nicht mehr reingezählt. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Upgrader machen wir die ganzen Pimmelskins noch. Wir haben auf jeden Fall Profit gemacht. Wir haben bei 220, also 60$ haben wir Profit gemacht. Ist besser als nix. Da kommen die ganz kleinen Skins, das mache ich jetzt hier nicht. Wir wollen hier 20$ Skins haben für Geburways. Es gibt zwar nur ein Geburways pro Video, aber... Oh, es gibt endlich einen Sound. Das habe ich so lange bemängelt. Der ist so absolut wird, der Sound. Aber es gibt Sound. Das habe ich... Passiert an, wie ein Star Wars. Ja, moin. Das habe ich so lange bemängelt, dass es hier einfach keinen Sound gab. Oh. Komm, wir brauchen jetzt die AK. Die AK will ich jetzt aber haben, weil die halt einfach ein geiler Geburways-Skin ist, ne? Die kann man auch richtig schön entschauen und spielen. Ey, das gibt es nicht. Das haben wir dreimal verkackt. Und es ist nicht mal mal 5. Ansonsten läuft mal 5 sogar immer besser. Finde ich auch geil, dass es automatisch nach oben swapt. Komm, die haben wir jetzt ja endlich. Endlich mit 42%. Sehr, sehr nice. Der Win-Sound auch geil. Cool, jetzt haben wir hier 22$ Geburways-Skins. Würde ich sagen, da belassen wir es auch. Video liegt super. Ich bedanke mich für die Zuschauer. Haut rein und bis bald. So, wie immer in letzter Zeit sind wir hier bei dem letzten Video. Diesmal hier das Keydrop-Video hat genau 100 Kommentare. Mal gucken, wie viele davon unique. Ich habe hier aber noch rangesoomt. Deswegen muss ich das hier erstmal finden. 98 unique Kommentare. Und da klicken wir hier auf Start. Ich habe zum Beispiel auch kommentiert. Aber kein Trade-Link. Deswegen muss der Trade-Link dabei sein. Cooler Junge hat gewonnen. Schön knackiges Video wie immer. Hier sein Trade-Link wird auf jeden Fall abgespeichert. Und die letzten zwei Giveaways. Also der Chrony hat mir letztens 4 Skins geschickt. Da habe ich bei den anderen Giveaways 2 rausgeschickt. Und 2 jetzt hier schon rausgeschickt. Mal gucken. Hat noch keiner angenommen. Wird aber ziemlich bald, denke ich, passieren. Dann sage ich, haut rein. Bis zum nächsten Mal.